Hi, hier ist dein Wirkstoff ABC mit S wie Sita Glyptin. Das Antidiabetikum ist ein Di-Peptidyl-Peptidase-4-Inhibitor. Das Enzym ist für den Abbau von GLP1 verantwortlich. GLP1 erhöht die Insulinproduktion. Ein geringerer Abbau geht mit einer Steigerung der Insulinsekretion einher. Sita Glyptin kommt bei Diabetes mellitus Typ 2 zum Einsatz. Nebenwirkungen können Kopfschmerzen, Schwindel, Obszipation, Infekte der Atemwege und eine Transaminasenerhöhung sein. Treten anhaltende abdominale Schmerzen auf, ist Sita Glyptin abzusetzen.